Was geht YouTube und herzlich willkommen zurück hier auf Scorpion Place. Heute gibt es ein 100.000 Coins. Ja, wir steigern uns. Vagermatch gegen... Jo Leute, Black is back. Und heute steht gegen was, ey. Genau. Genau. Nils aka ImpactXBlack und ja, hier ist sein Team und... Alter... Ja, 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 genau. Aber neuer zum Glück nicht gut. Aber, nee, Kopfbälle sind overpowered. Deswegen sage ich auch immer Kopfbälle... Guck mal, guck dir das mal... So lächerlich, wie der durchkommt, ne? Guck mal... David Lewis, ne? Immer nach Ecken macht er sowieso die Tore, immer. Ja, du hast Momentum. Ja, weil ich eben verloren, äh, unentschieden gespielt hab und keinen reinbekommen hab. So, Eto, komm schon. Komm schon, Digga. Easy, easy, jawoll, 1-1. Wollte erst rauskommen, weil ich eben deinen ganzen Lupfer gesehen hab. Gut, dass Eto nicht so schnell ist. Ja, kommst du nicht raus auf den Torwart? Hast du dich sozusagen informiert? Ja. Okay, nach 6 Minuten steht's schon 1-1. Ich denke mal... Es geht hier 10-10 aus. Nein, doch nicht dahin. Guck mal, guck mal. Digga, was ist das für'n Scheiß, Mann? Ich köpfe zu meinem Torwart zurück, aber David Lewis ist bei mir behindert. Acht Minuten, Digga. Acht Minuten, drei Tore, Alter. Oben sieht er doch hier, William. Ist doch gar kein Problem. Und da schießt William halt auch mal. Was? Fuck, Mann. Ah, ich liebe William für seinen Schuss, Alter. Ohne Witz. Guck mal, wie er den so halb aus der Luft noch fast reinschießt. Foul, Tor. Nein, nein, komm. M-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Was? Ich hab das mal ungefähr nachgespielt. Renn, 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 Oskar. Oskar, nein! Ja, ja! Oh nein! Oh, halt ihn! Okay, gut. Los, Lauf, 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 Lauf. Eto, komm schon, Eto, komm schon! Nein, verdammt. Oh! Was? Robert Lewandowski! Oh! Nein! Na! Oh, fuck, Alter! Ist echt so. Mir ist schon schwindelig, Alter. Jawoll! Mann! Ist das verdient! Geht! Um es spannend zu machen. Jawoll, komm schon. Juan Mata. GG, easy. Oh! Ich dachte, den Rebound krieg ich rein, Alter. Scheiße, Mann. Ne, die spawnen da immer. Halt ihn! Oh, ey! Alter, Neuer, mach's jetzt nicht so spannend, Mann. Nein! Nein, das gibt's nicht! Robert. Jawoll. Jawoll, Lauf. Einen Schritt noch. Einen Schritt noch! Nein! Ey, das ist so spannend, dieses Scheiß-Spiel. Ey, ich will nicht so viele Coins von dir, Mann. Da kannst du dir so viel Spiel davon holen. Oh! ETO! Oh! Nein! Jawoll, Neuer! Wenn ich nicht getraut! Jetzt! Oh! Was? Komm, wenigstens ne Flanke muss doch mal klappen. Ja! Nein! Ja! Neunzigste Minute! Das Ding geht nicht rein, Alter! Hast du noch ne Ecke jetzt? Ja! Oh Gott! Oh Gott! David Lu, so bist du! Nein! Pfeif ab! Nein! Pfeif nicht ab! Pfeif nicht ab! Oh Gott! Nochmal ein Wurf, Alter! Die Superschwitzer wollen hier die 100.000 Coins! Nein! Ja! Nein! Nein! Jawoll! 100.000 Coins! Jawoll! Oh Mann, Alter! Ja! Der zweite Sieg in Folge, Leute! Der zweite Sieg in Folge, Mann! Guck mal, deine Spieler sind schon enttäuscht! Hier siehst du ihn, wie traurig er ist! Also Leute, wenn euch das ganze Spiel gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ne Bewertung da und schaut auf jeden Fall beim Nils vorbei! Link zu deinem Kanal in der Beschreibung! Genauso wie der Link zu MOGA! Haut rein! Bis zum nächsten Mal, Leute! Tschüss! Haha!